Hallo Leute! Ich... Ich... Ich setze alleine fort... Irgendwie kommt mir das gerade irgendwie ganz anders vor als das letzte... Ach, das letzte Mal bin ich nicht so weit vorne gestanden, ne? Gott! Ich will jetzt schon gar nicht... Naja... Oh ne... Ach... Ach nein... Was? Es ist... Kein Wasser im System... Öffne zuerst die zwei Dinge... Dann muss das denn schon wieder sein! Ach ne... Das wird wieder so ne Stress-Erfolge... Ich seh's schon kommen... Der Dicke kommt, ne? Der Dicke kommt, oder? Seid ehrlich zu mir! Sagt's mir einfach! Ich weiß es doch eh schon, dass der kommt! Da hängt... Juhuui! Okay... Ah! Scheiße! 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 Nein, ich bin kein Hosenscheißer! Ich bin kein Hosenschein... Das ist der Dicke mit den Ketten! Warum muss es denn immer der sein? Ich will ihn schon wieder schnaufen. Krieg noch mich... Muss ich jetzt hier raus oder kommt der hierher? Ich will ihn schon wieder schnaufen. Jetzt macht der hier her. Muss es denn immer der dicke sein? wirklich muss das denn sein tut das oh nein oh nein oh nein oh nein das wird auch nicht oh nein Heilige 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 Das ist mit Abstand echt ohne Kacke, ey. Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, wirklich jetzt. Wie, wie, was geht denn hier? Kein Fallschuldig. Danke schön, küsse. Oh, wie beschissener Fettzack ist mir so auf die Eier, Mann. Ich hasse den Kerl so sehr. Ich kann es euch gar nicht sagen, wirklich. Ich hasse diesen Kerl. Ich hasse diesen Kerl. Ich will ihn nicht mehr sehen. Wo bin ich denn hier? Nicht, dass der mir gleich entgegenkommt oder so. Was ist denn das? Bin ich hier? Heiligsblechle. Ich hab keine Lust mehr. Ganz ehrlich. Gott, ey. Komm doch. Nein, ich mag ihn nicht mehr. Das ist ja echt. Mir wird das echt zu viel, ne? Ist doch nicht... Okay. Aber jetzt. Du stinkender Fettsack, ey. Ohne Scheiß. Scheiße. Scheiße. Ich hab die Fresse zu weit aufgerissen. Wieder mal. Kannst du weggehen, na? Kannst du weggehen? Danke. Danke dir. Fettsack. Ich schütze noch. Entschuldigung. Ich schimpfe schon, wie das okay ist. Wow. Fuck. Fick dich. Fuck you. Fuck you. Fettsack. Fuck you. Komm. 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 Nein. Nicht in die Richtung. Nicht in die Richtung. Nicht in die Richtung. Fettsack. Nicht in die Richtung. Du fetter... Du fetter... Komm, verpiss dich. Verpiss dich. Du fetter... Scheiße, Mann. Ich hab keine Lust mehr. Ich mag nicht mehr. Ich krieg schon Schmerzen im Arm. Ich glaub, ich krieg echt ein Herzinfarkt oder so. Ich hab keine Lust mehr. Meine Finger hab ich auch nicht mehr gefunden. Was ist denn der schon wieder? Mann. Ach nee. Jetzt fängst du auch an. Die verräterische Kamera. Glauben. ickerbuck. Was ist das? Ich laufe jetzt einfach! Ich laufe! Fuck! 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 Das war nicht gut, glaube ich. Ich kriege schon Kopfschmerzen vor lauter Angst. Wo ist denn der Wasserhahn? Ist der hier? Der kommt bestimmt. Ich weiß das. Wo bin ich denn hergekommen? Da. Wo muss ich jetzt hin? Das wäre auch mal interessant zu wissen, ne? Vor allem wenn der fette Sack da ständig herumläuft, sind es zwei Wasserdinger, die ich einschalten muss, oder eins? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Das ist mir nicht. Oh. Oh, shit. Zwei Ventile! Zwei! Zwei! Da drin. Da drin. Da muss ich sicher rein. Du fetter, ekliger Sack! Ich hasse dich. Abgrundtief hasse ich dich. bist der größte scheiße da war ich doch schon was wollt ihr mir erzählen wo muss ich hin man du bett das sagt verpiss dich bloß man auch heilige scheiße ich darf nicht mehr so eine große fresse du du bleib bloß weg ja ihr seid doch echt nicht mehr normal oder ihr seid doch echt nicht mehr normal lebst du noch nie lebt nicht mehr oder ihr seid alle krank ihr seid so krank man heilige scheiße ohne ohne mist ihr seid doch alle gestört ich geht dich kotze heilige heilige maria ich muss jetzt sicher das wasser einschalten und zurück da wo es brennt oder der fette wird mich verfolgen und jetzt lauf 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 einfach lauf ich kann nicht mehr ich kann das nicht mehr nein ich hab dir geholfen ich hab dir geholfen ich hab dir geholfen ich kann das nicht was da gehst raus da gehst raus da gehst raus da gehst nicht raus hier war nichts alter 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 Leute, ich bin draußen! Ich bin draußen! Das hat gerade gespeichert. Das heißt, ich höre jetzt auf. Weil ich kann heute wirklich nicht mehr. Ich habe ganz vergessen euch zu sagen, dass ich im Urlaub sein werde jetzt für 5 Tage. Und das heißt, es gibt 5 Tage keine Videos. Aber das muss euch reichen für die 5 Tage jetzt erstmal. Ich will wieder rein, glaube ich. Macht's gut. Bis dann!